Du bist schon da? Hab Urlaub. Na dann, auf nach Sylt. Nichts da. Ich mache unsere finanzielle Lebensplanung. Hier, Ziele definieren und dann rausfinden, wie wir sie am besten erreichen. Naja, schneller geht's mit der persönlichen Finanzanalyse der Beraterbank. Finanzanalyse? Mhm. Computergestützt und deshalb systematisch und präzise. Und unsere persönliche Empfehlung hab ich gleich mitbekommen. Auf nach Sylt. Rufen Sie jetzt an 0800 5800 Dresdner Bank, die Beraterbank.